Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollen wir heute mal wieder meinen Goldstand ein bisschen abfragen. Ich will euch begrüßen zu einem kleinen Gold-Tagebuch. Und zwar waren wir jetzt in der letzten Woche wieder mehr oder minder fleißig, haben wieder das eine oder andere verkauft und jetzt wollen wir mal gucken, wie mein Goldstand so nach dem kleinen Opening das Postkasten ist. Und zwar habe ich hier mit dem Main so ein paar 168er blaue Items verkauft, was eher jetzt so minder viel eingespielt hat. Und dann, wie auch schon die letzten Wochen hier mit dem, warte mal, jetzt muss ich switchen, hier auf den anderen Account, genau, da sind wir mit dem Monk. Da haben wir natürlich wieder ein paar Legendaries verkauft. Diesmal haben wir tatsächlich nicht sonderlich viele Verkäufe. 340, ich glaube letzte Woche waren es irgendwie ein bisschen über 400 und die Woche davor hatten wir um die 600. Also da hatten wir natürlich noch ein Stück mehr, liegt an verschiedenen Faktoren. Natürlich geht der Legendary-Markt jetzt von Woche zu Woche ein bisschen zurück, das zum einen. Und zum anderen haben wir natürlich auch ein bisschen die Problematik, dass ich meine Twings jetzt ein bisschen mehr am Spielen bin, unter anderem die Kampagnen am Durchballern und ich dementsprechend nicht mehr die ganze Zeit zum Reposten komme. Sobald ich, denke mal, die Kampagnen durch habe, hoffe ich, komme ich wieder ein bisschen mehr zum Reposten und dann werden wir, denke ich mal, auch wieder ein bisschen mehr Verkäufe tätigen können. Jetzt schauen wir mal, ob wir diese Woche gut im Plusbereich sind. Wir haben nämlich letzte Woche aufgehört mit einem Plus von 4,5 Millionen, das wir einfahren konnten und waren an einem Endbetrag von, auf beiden Accounts, von 39,270 Millionen. Also heißt, knappe 40 Millionen waren wir etwa. Wie gesagt, die Woche jetzt eher eine schlechtere Woche. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Wir haben ausgegeben, ich habe es jetzt schon mal zusammengezählt, Endstand quasi, bevor wir jetzt das Opening machen, sind 27 Millionen. Heißt, um die 12 Millionen haben wir jetzt ausgegeben. Ich habe ja immer Crafting-Kosten, die Legendary sind tatsächlich nicht sonderlich günstig. Auch wenn einige Leute meinen, ich stelle ein Legendary für 5 Gold her und verkauf es für 100k. Nein, so ist es leider nicht. Dann kostet es meistens 70, 80, 90.000 in der Herstellung. Also man hat da tatsächlich nicht mehr die Riesenmargen. Vor allem Schneider ist ziemlich angebrochen, als auch Schmied, da kommt fast gar nichts mehr rum. Lederer ist auch zurückgegangen, aber das bringt noch mit am meisten Gold. So, ich würde sagen, wir gucken einmal rein. Und zwar machen wir jetzt erstmal hier das Balmar Main auf, wo ich jetzt die 168 Items verkaufe. Ich habe jetzt hier auch noch gerade, seht ihr, wie schön frei mein Inventar ist. Ich habe alles Mögliche an Mist noch verkauft. Deswegen sind hier Rippchen und Erz und alles Mögliche drin. Weil ich mein Inventar mal ein bisschen freier kriegen wollte, bringt natürlich alles auch noch ein bisschen Gold ein. Ich würde sagen, das nehmen wir jetzt einmal alles raus. Ihr seht, die ganzen Items habe ich für 2.300 irgendwas Gold verkauft. Manche für ein bisschen mehr. Liegt daran, weil ich schon seit ein paar Wochen diese Items für einen Minimalpreis von 2,5 verkaufe. Da geht dann auch ein bisschen Auktionshaus-Cut weg. Und dann sind wir halt bei 2, 3 und ein paar Zerhackten. Im Auktionshaus auf Antonidas sind leider ein paar Leute, die die Sachen teilweise für Unter-Matt-Kosten reinhauen. Und da kann ich nicht mehr in den Konkurrenzkampf gehen und im Minusbereich agieren. Also das will ich einfach nicht. Und dementsprechend habe ich einen Fixpreis gemacht. Da verkaufe ich zwar nicht sonderlich viele. Nur so 100, 200 Items vielleicht in der Woche. Aber mit denen machen wir dann auf jeden Fall Gewinn. Und es ist ein bisschen was. Es sind keine großen Summen. Damit finanziere ich mich jetzt nicht. Aber man nimmt so ein bisschen was mit. Es sind jetzt immerhin 386.000 Gold. Ist nice to have. Aber wie gesagt, der große Fokus liegt natürlich auf den Legendaries. Und da gucken wir jetzt als nächstes rein. Und wie gesagt, da hatten wir jetzt 340.000 Verkäufe. Und hier auf der ersten Seite 3.640.000 wird schon mal angezeigt. Ich denke mal auf den anderen Seiten wird es ähnlich sein. Hier sind halt alle möglichen Sachen dabei. Von Rang 2 bis 3, 4 Schmiedeplatte, Ketten, Leder und Stoffsachen. Das Einzige, was ich nicht bauen kann, sind tatsächlich die Items, was der Juve basteln kann. Da wollte ich mir jetzt eigentlich mal demnächst einen hochziehen. Aber Juve an sich auf Max bringt mir nichts. Ich muss den Schar auch auf 60 spielen und dann noch Torgast spielen, dass dementsprechend die Legendaries freigeschalten wird. Und da ich im Moment noch ein bisschen viele andere Projekte am Laufen habe, kommen wir dazu leider nicht. Aber ich denke mal in ein paar Wochen werde ich alle Berufe mal auf Max haben. Und dann können wir vielleicht auch mal ein bisschen noch die Juve-Sachen verkaufen. Und vielleicht steige ich auch mal in den Markt mit Flasks ein. Aber da muss ich mal gucken. Wenn es wieder so eine Proc-Geschichte ist, wie das ein BFA war, dann machen wir das vielleicht eher nicht. Ich kann euch nebenbei noch den Chat auch rüberziehen, dass ihr seht, hier haben wir die ganzen Items, die ich verkauft habe. Es ist halt ganz unterschiedlich. Die Stoffsachen, seht ihr, sind teilweise bei 14.000 Gold. Dann gibt es aber halt Plattensachen, so 20.000, 30.000, 40.000. Auch Leder, ihr seht hier, haben wir auch mal was für 138, 132.000. Das sind die großen Plus-Geschichten. Da machen wir das große Gold tatsächlich mit. Mit den anderen Sachen ist es eher minder. So, jetzt sind wir wieder am Gold-Cap mit dem Chart. Jetzt muss ich ein bisschen was rüber schicken. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Der Chart hat jetzt 5.380.000. Dann kann ich ihm rüber schicken. Schütten wir ihm mal 4.600.000 rüber. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz tatsächlich. Machen wir das einmal. Und zwar schicken wir dem mal 4.600.000 Gold. Dann müssen wir mal gucken, wie viele Nullen wir hier haben. So, das sieht doch gut aus. Char haben wir den richtigen ausgewählt. Wenn ich mal ein halbes Gold-Cap an den falschen Char schicke, dann wäre das doch ein wenig ärgerlich. Also zumindest würde es mich ein bisschen ärgern. Ich habe halt auch das Problem bei den Leder-Items. Das sind immer noch die, die Leder und Kette zusammen, sind die, die mir am meisten Gold abwerfen. Aber hier ist es so, dass das Leder auf Antonidas leider nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, dass das schön immer weiter sinkt, sondern es hat jetzt sehr geschwankt. Teilweise hatte ich jetzt unter der Woche Preisunterschiede pro Leder von 3.400 Gold. Die sind wieder auf 1.3, 1.4 teilweise hochgegangen. Jetzt wieder gedroppt. Und das macht halt extrem was aus. Also auch von Herstellkosten und vor allem, wenn dann der Gewinn so schmal ist, dann habe ich halt schnell mal die Problematik, dass wenn ich ein Item herstelle mit einem Leder, was 1.3, 1.4 kostet und dann 1, 2 Tage später der Preis wieder auf 1.000 Gold runterdroppt, dass das einfach mal 10.000, 20.000 hin oder her die Kosten ausmacht bei einem großen Teil und das mal eine komplette Marge ist. Oder sogar über die Marge, dass ich ins Minus gehe. So, jetzt sind wir nochmal beim Cap. Jetzt müsste ich gucken, dass ich nochmal auf irgendeinen anderen Char das rüber schicke. Ich glaube, viel Gewinn haben wir tatsächlich nicht gemacht. Jetzt schauen wir mal, wo kann ich noch was zwischenlagern. Der Char hat noch was. Ich glaube auf den Mention. Wir haben jetzt hier nochmal 2,3 Millionen drin. Dann schicken wir nochmal 3 Millionen auf den Mention rüber, hätte ich gesagt. Dann haben wir da nämlich nochmal ein bisschen Platz. 3 Millionen. Und dann müsste ich doch ein bisschen was zumindest an Plus gemacht haben. Wie gesagt, die 12 Millionen müssten wir nämlich wieder reinholen. So, das können wir nochmal rausnehmen. Oh, hier sind zum Beispiel auch nochmal ein paar bessere Sachen dabei. Hier 130k, 129k. Hier zweimal 132k. Damit mache ich dann tatsächlich Gewinn. Wenn ich einen Rang 4 Legendary, ein großes wie ein Helm zum Beispiel, verkaufe für ein gutes Stück über 100k, dann ist da auf jeden Fall ein bisschen Gewinnspanne mit dabei. So, das haben wir jetzt alles rausgenommen. Jetzt muss ich noch umloggen auf meinen Hexenmeister, wo ich jetzt gerade nochmal ein bisschen Gold hingeschickt habe. Und zwar müssen wir dann einmal schauen, wenn ich das rausgenommen habe, auf wie viel wir insgesamt sind. Ich schätze jetzt so grob überschlagen so 2 Millionen, so Pi mal Daumen, 2 Millionen müssten wir Plus gemacht haben, was nicht sonderlich viel ist. Aber besser als nichts. Ich habe jetzt schon befürchtet, dass wir ganz im Minusbereich tatsächlich agiert haben. Ah ja, hier haben wir auch nochmal die 4,6 Millionen rübergeschickt. Sind wir knapp am Goldcap. Ganz will man immer nicht sein, weil sonst kann man kein Gold mehr rausnehmen. Das ist sehr nervig, diese Luxusprobleme zu haben. Gut, hier können wir jetzt schon mal auf meiner Tabelle das eintragen. Wir sind jetzt bei dem Mainshire wieder bei einem knappen Goldcap. Mehr schicke ich ihm aber auch immer tatsächlich nicht rüber. Und jetzt kommt es halt darauf an, auf wie viel wir bei dem Twink-Account kommen. Wo wir da dann etwa liegen. Ich hoffe im deutlichen Plus. So, jetzt muss ich bloß warten, bis wir da einmal eingeloggt sind. Also, ich habe jetzt hier in meiner Tabelle quasi bei meinem Main-Account schon die 10.171.000 eingetragen. Und jetzt müssen wir hier beim Twink-Account noch gucken. Da habe ich halt nicht nur Gold auf Antonidas, sondern ich habe noch so 3, 4 Millionen Gold auf anderen Servern. Die Leute, die schon länger dabei sind. Ich mache ja hier auch schon, also das hier sind in BFA die Wochen. Ich mache das ja schon länger mit dem Gold-Tagebuch. Da haben wir ja auch schon immer geguckt, dass wir ein bisschen was reinholen. Und da habe ich dann auf mehreren Servern agiert. Da war es aber noch ein bisschen einfacher. Mit den Legendaries muss man tatsächlich eher präsent auf einem Server sein. Gut, dann nehmen wir das jetzt hier mal raus. Die 3 Millionen. Und dann gucken wir mal, was der Gold-Counter sagt. 31 Millionen 64.000. Ich glaube, da kommen wir ganz gut hin, mit dem, was ich geschätzt habe. 31 Millionen 64.000. Okay, das wäre schön. Eine Null zu viel. Dann sind wir knapp bei 2 Millionen plus. Ist eine sehr schlechte Woche, ne. Wenn ich jetzt gucke. Die letzten Wochen, die waren natürlich sehr viel besser. Mit 7 Millionen, 4,5 Millionen. 2 Millionen ist in Ordnung. Wie gesagt, diese Woche mit dem ganzen Kampagnen-Gedönse auf den Twings bin ich jetzt nicht oft zum Reposten gekommen. Und das merkst du, ne. Also viele Leute denken immer, sie stellen einmal am Tag ihre Auktion rein. Und das war es. Eigentlich auf großen Servern wie Antonidas musst du alle 5 Minuten reposten. Wenn du tatsächlich effektiv was verkaufen willst. Das habe ich die Woche nicht ganz so mitgenommen. Dementsprechend hat sich das gerecht. Aber 2 Millionen Gold in der Woche gemacht. Ist jetzt okay. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Es hätte mehr sein können. Aber ist okay. Mein Ziel ist ja, auf die 50 Millionen zu kommen, bevor ich mir wieder irgendwas kaufe. Was Größeres zumindest. Und ja, jetzt müssen wir vielleicht nächste Woche wieder einen Ticken mehr anziehen. Aber so weit sind wir ja nicht mehr weg. 9 Millionen sind wir noch weg. Denkt mal, die kriegen wir auch noch hin. Gut. Viel mehr gibt es tatsächlich jetzt die Woche nicht zu sagen. Beziehungsweise zu zeigen. Ich muss mal gucken, ob wir nächste Woche ein bisschen mehr rausziehen können. Ich klemme mich mal dahinter. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Schreibt mir vielleicht mal in die Kommentare, wie das bei euch auf euren Servern ist. Falls ihr auch im Crafting-Markt unterwegs seid. Merkt ihr das mit den Legendaries, dass die Preise runtergehen? Habt ihr da keine Probleme? Sind die Matz-Preise stabil? Ich sehe halt im Moment nur Antonidas. Und da sieht es halt jetzt nicht ganz so rosig tatsächlich aus. Okay. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefordert. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.